Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast heute mal wieder mit einer Preview und zwar für die kommende UFC Fight Night Uriah Hall gegen Sean Strickland im Main Event. Viel Spaß bei dieser Preview. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Heute sprechen wir über die nächste UFC Fight Night. Natürlich müssen wir, wenn wir darüber sprechen, auch über diese Katastrophe des Co-Main Events sprechen. Denn das Co-Main Event ist dreimal ausgefallen. Eigentlich hätten wir im Co-Main Event Sam Elvie sehen sollen, den UFC Veteran. Sam Elvie gegen Roman Kopilov. Kopilov hatte aber Visa Probleme, konnte nicht einreisen. Boom, Kampf ausgefallen. Die UFC dachte sich kein Problem. Holen wir uns ein zweites Co-Main und zwar Shamil Abdurahimov gegen Chris Darkos. Solider Fight im Heavyweight, also bei den ganz schweren Jungs. Aber Shamil Abdurahimov wurde aufgrund von Covid-Problemen, also wegen dem Covid-Protokoll im Endeffekt, runtergenommen. Dementsprechend kämpft Chris Darkos nicht gegen Shamil Abdurahimov. Dementsprechend das zweite Co-Main Event, das ausgefallen ist. Dann gab es Co-Main Event Nummer 3 und zwar der deutsche Niklas Stolze, der Magdeburger, gegen Munir Lasess. Munir Lasess hatte aber ebenfalls Visa Probleme. Niklas Stolze kämpft also nicht gegen Munir Lasess, aber gegen wen anders und er bleibt auf der Main Card. Aber auch dieses Co-Main Event zwischen Stolze und Lasess ist ausgefallen. Und damit hatten wir drei ausgefallene UFC Co-Main Events. Das Co-Main Event jetzt ist Kyung Ho Kang gegen Rani Yaya, beide schon ewig in der UFC dabei. Trotzdem vermutlich der breiten Masse unbekannt. Kein Top 10 Fight, kein Top 15 Fight. Und allgemein gibt es auf dieser Fight Card nur einen einzigen Top 10 Fight. Und das ist eben Uriah Hall gegen Sean Strickland. Niklas Stolze kämpft jetzt gegen Jared Gooden. Jared Gooden geht mit zwei Niederlagen in diesen Fight. Ich denke, Niklas Stolze kann diesen Kampf machen und ich drücke ihm auch ganz feste die Daumen. Stolze ein super sympathischer Kämpfer, auch ein guter Kämpfer. Hat in seinem UFC-Debüt ungefähr vor einem Jahr, also es war auch Ende Juli, 25. Juli war das glaube ich, hat er gegen Ramazan Emeyev gekämpft und gegen Emeyev hat er zwar verloren, aber hat trotzdem auch gute Performance gezeigt. Damals gegen Emeyev noch in der ersten Runde so ein schönes Knie rausgehauen. Emeyev ging zu Boden, das hat aber am Ende des Tages nicht gereicht, weil Emeyevs Grappling zu stark war. Jared Gooden, wie gesagt, zwei Niederlagen in Folge gegen Alan Euben und Abu Bakr Nurmagomedov. Dementsprechend sollte das machbar sein. Topology rankt Niklas Stolze auf Platz 96 der weltweiten Weltergewichte und Jared Gooden auf Platz 93 der weltweiten Weltergewichte. Und umfragemäßig gibt es bei Topology 80% für Niklas Stolze, 20% für Jared Gooden. Dann kommen wir auch direkt zum Main Event, einfach weil die anderen Kämpfe relativ unspektakulär sind. Dann haben wir im Main Event Uriah Hall gegen Sean Strickland. Uriah Hall hat ein schönes Striking, also hat zuletzt gegen Chris Whiteman gewonnen, ohne einen einzigen Punch zu treffen oder überhaupt zu schlagen. Und davor hat er gegen Anderson Silva gewonnen. Uriah Hall hatte gute Siege, hat auch gegen gute Competition gekämpft. Also, wir müssen verstehen, Uriah Hall hat schon Kämpfe gegen Paolo Costa, Robert Whittaker, Jezad Musasi, Derek Brunson. Also er hat schon, okay, die meisten Kämpfe davon hat er zwar verloren, aber er hat schon gegen die Top-Elite gekämpft. Er hat ein super gutes Striking, tolle Knockout-Power, 17 zu 9 steht er. Und er kämpft gegen Tarzan, also gegen Sean Strickland. Der konnte zuletzt gegen Christoph Jotko gewinnen. Uriah Hall hat auch gegen Christoph Jotko gewonnen. Gegen Brandon Allen hat er gewonnen und gegen Jack Marshman. Hat allgemein auch schon eine solide Competition gekämpft. Also, er hat gegen Santiago Ponsinibbio verloren, das ist auch schon sechs Jahre her. Er hat gegen Kamaru Usman verloren, das ist vier Jahre her. Gegen Usman hat er eine Decision verloren, das war in den Prelims von DC. gegen Anthony Rumble Johnson, also auch schon einige Zeit her. Ich finde dieses Thema immer spannend, wenn man sieht, im Nachhinein, so ein Usman, der hat vor vier Jahren in den Prelims gekämpft. Und genau so sehen wir vielleicht jetzt auch irgendeinen Prelim-Fighter, der in vier Jahren genauso dominant ist, wie Kamaru Usman es jetzt ist. Das ist eigentlich immer das Spannende. Wenn wir uns diese Kämpfer angucken, die haben immer auf den Prelims angefangen. Oder die aller, allermeisten. Haben auf den Prelims angefangen, haben sich hochgekämpft. Und wer weiß, Leute, vielleicht sehen wir auch am Wochenende in den Prelims den nächsten Conor McGregor oder den nächsten Usman oder, oder, oder. Schaltet auf jeden Fall rein, Samstag auf Sonntag geht's los. Uri Hall gegen Sean Strickland. Supportet Niklas Stolze. Folgt Will of MMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hasta Straßen.